Ihr habt Rot! Ihr habt Rot! Ah! Leute, wir kommen zu einem weiteren Video! Warum fährt ihr so langsam? Hallo? Gib doch mal Gas! 45! Oh mein Gott, nein! Wir fahren 50! Scheiße! Wir kommen zu einem weiteren Video! Ich bin unterwegs mit Leon aka Leon Thiessen auf Instagram und warten! Wir lassen sie vorbei! Wir lassen sie vorbei! Und mit Nadine aka Nadine Stinky auf Instagram Link auch in der Videobeschreibung Hashtag Nadine Stinky Army Wir sind mit den Leuten unterwegs ganz gediegen Äh? Warum schreie ich? Keine Ahnung! In Bielefeld Ein bisschen Gurken Was die Leute so... Der Sommer bringt die ganzen Leute nach draußen Es ist aber Sonntag Oh Mensch, ist es Sonntag! Das bedeutet Wir haben keine Geschäfte offen in der Stadt Das heißt in der Stadt wird es leerer sein wahrscheinlich Schätze ich jetzt einfach mal so They see me rollin Alter, der gibt sich echt keine Mühe Gas zu geben vor uns Wünsch! Man könnte auch zu schnell fahren So, hier müssen wir jetzt links abbiegen damit wir zur Tankstelle fahren Ich hoffe, die checken das Hier müssen wir links abbiegen weil ich ja tankerieren muss Ich hab schon 195 Kilometer auf der Uhr Bei 190 bis 200 geht normalerweise die Reserveleuchte an Oh, was? Das hab ich ja noch nie gehabt hier Die Ampel war instant grün Aber richtig instant Neee Der Fabrio-Fahrer ist auch so ein Sonntags... Ist auch so ein Sonntagsfahrer Ja, auf jeden Fall muss ich mein Moped voll tanken Und ist mein Moped dreckig Ja... Also was heißt dreckig? Dreckig gar nicht so Der Tank ist jetzt richtig glänzt noch richtig Aber vorne einfach fliegen ohne Ende Guten Tag! Guten Tag! Wollt ihr geradeaus weiterfahren? Nein, wir müssen rechts Nicht geradeaus weiterfahren Rechts, ne? Geradeaus, ne? Das ist aber ein schöner Sticker Wollen Sie den Sticker her? Hä? Wo haben Sie den Sticker her? Hä? 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 Das heißt nicht hä, das heißt wie bitte? Boah! Aber der übt Socke So, die Tankstelle Die kennt ihr doch mit Sicherheit Wo ich jetzt tanken fahre Das ist die Tankstelle, wo ich In einem Video meine Karte nicht dabei hatte Heute habe ich sie dabei, hoffe ich Wuii Wuii Ja Bitte 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 Einmal voll tanken Einmal super bleifrei Ja, steck ihn rein Alter, lass dich noch mal penetriert Junge Machen Sie das professionell oder beruflich? Ja, klar Kann man sich doch weiterbilden? Ja Haben Sie Ihren Meister schon gemacht im Tanken? Ja, klar Ja, Tankmeister 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 Leon, Tank Toll Bruder Wenn Wenn Also Man könnte auch Denken, ich wäre inkompetent Wieso nicht? Bist du neidisch? Hier Gerade Zahl, Bruder Oh, das ist Mir scheißegal, ich zahle mit Karte 16, 75 Gerade Vor allem 75 ist auch ne gerade Zahl, ne? Ja, Junge Alter Wenn dein Mathelehrer das sieht oder Mathelehrerin, dann wirst du geschlagen Hab ich nicht Eigentlich Junge, weil das sind ja so Galuschen hier Und richtige Galuschen Junge Geste Handschuhe So, diesmal setze ich meinen Helm ab, weil die Leute mich gehatet Weil die Leute mich gehatet haben, deswegen Hä? Mich haben ein paar Leute gehatet, dass ich meinen Helm nicht absetze beim Tanken Hä? Ja Ripp Bis gleich Da sind wir wieder Weiter geht's mit der Wädenfahrt Meine lieben, tollen, neue Handschuhe Ja Sind auch so schön Und so wenig Fliegen dran Erstmal auf null resetten hier Den Bums Soll das, Alter, warum fährst du so weit auf meiner Spur? Fahr halt noch einen Meter weit, schau dich an mich an Du Hurensohn Fahrt Rumpf 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 ja bitte wieso seid ihr in der stadt unterwegs na dann junger du hast unbedingt lederkombi auch der junge lederkombi vor allem mit dem roten grüße gehen raus an die beiden miniboy warum bist du denn so langsam oder aus jawohl er hat okay einfach rote ampeln gehen das geht gar nicht ich glaube ich habe mich aber trotzdem nicht gehört ich habe zwar sehr laut geschrien ich glaube ich sehe schon in den kommentaren ja schön schulz mein motorrad und ich wir sprechen die selbe sprache ne wisst ihr was ich meine schlaglach hat mir richtig die eier zerschmettert gerade ich wollte mich nur ein bisschen entspannt nach hinten lehnen und die zieht dann mir das ist aber nicht nett ja der gruß ging raus hat meinen arm weit gehoben und ihn gegrüßt natürlich mit dem linken armen ich bin doch kein nazi ne bitte sperrt mein video nicht youtube jetzt muss wieder ein gruß rausgehen hallo ha 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 dann nicht kommt der grüß mich jetzt aber bestimmt ja 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 warum fahren die alle hier so langsam was haben wir denn da vorne was haben wir denn da vorne ha 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 dat goed ich werde das video an dieser stelle schon ich nehme so ein zweites video auf damit ja auch schönen content hat weil wir hatten herr fort angekommen sind bei diesen wunderschönen bau der hier ist und diesen wunderschönen shopper fahrer ja moin ich hoffe euch hat das video gefallen genau das wollte ich sagen wenn das der fall ist lasst mir die polizei nach oben da hallo polizei ganz normal verhalten ganz normal verhalten genau lasst mir einen daumen nach oben da und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten motorvlog adios oh